Ich will jetzt erstmal hier noch ein bisschen was umdisponieren, aber erstmal drehen wir nochmal. Komm, 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 komm. Na, der bleibt wieder in der Mitte stehen. Auf jeden Fall sieht es relativ mau aus für uns. Der Bug klappt irgendwie doch nicht so, wie wir uns gedacht haben. Ich kotze mich gerade ein bisschen an. Euch mit Sicherheit auch, weil ihr ja sehen wolltet, wie ihr es funzt. Ich drehe jetzt nochmal und probiert einfach. Komm, komm. Oh, Mann. So, dann machen wir es nochmal zu, machen es nochmal auf. Komm, 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 komm. Alter, das gibt es doch gar nicht. Gut, also ich glaube, das funktioniert nicht. Ich probiere es jetzt noch einmal, würde ich sagen, und dann reicht es mir auch erstmal. Dann können wir es ja später nochmal probieren beim anderen Drachen, weil ich habe die Hoffnung schon langsam aufgegeben. Ich drehe ihn jetzt trotzdem noch einmal. Ja, es wird auf jeden Fall nüscht. Gut, wie ihr sagt, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, trotzdem, wenn es nicht funktioniert hat. Ich kotze mich jetzt wirklich ein bisschen an, dass ich euch dann nicht helfen konnte und euch das zeigen konnte. Aber ihr kennt ja den Vorführeffekt, da klappt es fast nie. Ich probiere es aber auf jeden Fall beim nächsten Mal nochmal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis denn, ciao.